Mhh, meine Leute, Sepplen hier. Heute geht es zu einer Sache, ja, die ist ein bisschen ekelhaft. Und zwar, Facebook ist für mich jetzt endgültig zu weit gegangen, falls ihr den Service nicht kennt. Signal ist eine Messaging-Plattform, ist quasi am ehesten zu vergleichen mit einer Sache wie, keine Ahnung, WhatsApp oder WeChat, wenn ihr eine scheiß Chinese-Seite draufsteht, eure Daten geklaut zu bekommen, ist aber genau das gleiche. Ja, die wissen, dass alle anderen Services das machen und sie sind eine Non-For-Profit-Organisation, heißt, sie sind nur von Spenden finanziert und sie bieten einen komplett verschlüsselten Messaging-Service an, der komplett keinerlei deiner Daten überhaupt sehen kann, ne? Es ist quasi das, was WhatsApp mal sein wollte, bevor Facebook kam. Ja, die wollten auf Facebook Werbung machen, ne? Und Facebook gibt ja unglaublich detaillierte und sehr spezifische Werbedaten. Heißt, sie haben quasi einfach nur die Daten, die Facebook ihnen zur Verfügung gibt, welche jeder Typ sehen kann, der 5 Euro in seinem Leben in eine fucking Kreditkarte irgendwie hinlegen konnte. Ne? Diese Daten haben sie einfach genommen, weil sie sind öffentlich. Die kannst du für 5 Euro bei Facebook, wenn du jemals eine Marketing-Sache gemacht hast, einsehen. Das ist nicht schwer, das ist irgendwie high-end, verschlüsselte Scheiße. Ne, das gibt Facebook, die einfach, diese extremst abgestimmten Daten, ne? Sie haben diese Daten genommen und haben einfach quasi ein paar, ja, Sachen gemacht wie, hey, du siehst diese Werbung, weil du kein K-Pop interessiert bist und höchstwahrscheinlich über Adoptionen gerade nachdenkst. Außerdem bist du ein Lehrer, ne? Solche fucking extremst spezifischen Werbung haben die gemacht, um halt zu zeigen, hey, das ist, was Unternehmen über dich wissen, wenn du deine Privatsphäre nicht schützt. Ne? Klingt nach einer guten Sache, weil sie sammeln diese Daten halt nicht. Sie wissen, dass sie besser sind. Ja, Facebook hat diese Werbesache runtergenommen, bevor es überhaupt richtig starten konnte. Danke, Facebook. Danke, ich weiß nicht warum. Warum? Okay, ich weiß warum. Es ist sehr einfach. Sie haben es sogar selbst gesagt. Es ist, dass es den Nutzern tatsächlich im Bewusstsein ruft, dass sie, naja, ausspioniert werden wie nichts anderes. So, und genau deswegen. Es ist nicht, dass es irgendwie gegen TOS oder so verstößt. Hell no, du kannst diese scheiß Analysedaten benutzen, so viel du willst. Du sollst den Nutzer noch nicht sagen, dass du sie hast. Steht zwar nirgendwo in ihren TOS, es steht nirgendwo irgendwo in ihren Richtlinien, aber anscheinend hat Facebook einen Piss genommen und ja, jetzt mögen sie die nicht mehr, weil, oh nein, die Nutzer bekommen mit, dass wir sie ausspionieren. Das ist ja tragisch. So, ne, du als Firma darfst diese Daten haben. Jeder, der 5 Euro mit einer Kreditkarte hinlegen kann, um eine Werbeagentur scheiße durchzuführen, so Werbekampagnen oder so, ja, der darf das machen. Nur halt nicht. Naja, du darfst den Nutzer noch nicht sagen, oh hey, by the way, wir haben irgendwie eine fucking Sexualität, die für missbraucht. Weil, fun fact, Facebooks Algorithmus kann mit einer 90% genug Wahrscheinlichkeit eine Sexualität rausfinden, bevor du sie überhaupt selbst weißt. Das ist nicht irgendwie ein Witz oder sowas, das ist tatsächlich reale Analysedaten. Ich finde es einfach nur ekelhaft, dass sowas überhaupt durchkommt. So, es klingt wie ein Product Placement, ne, aber es klingt eine bessere Service anscheinend. Ich kenne mich damit nicht aus, ich habe es nie genutzt, es scheint gut zu sein, kein Plan. Ähm, ja, das ist halt dann auch alles schon an dem Punkt, ne. Facebook ist für mich viel zu weit gegangen, absolut nicht vertretbar, diese Firma, schon seit Jahren nicht. Ja, aber das ist jetzt einfach nur so, the last straw type beat shit, kann ich eigentlich nicht mehr mehr verteidigen. So, das ist einfach nur durch krank, was die da machen. Naja, danke fürs Anhören, ne, denk dran, bleib toxisch, der abonniert mich, disliked mich, entwürdig diese verfickte Glocke und jetzt ruhe auf meinem Rasen, die hohen Söhne, nja. So, das ist einfach nur durchkommt. 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 Vielen Dank.